Ich begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Der deutsche Außenminister Maas hat die Sabotage an der iranischen Atomanlage von Natanz kritisiert. Dies leiste keinen positiven Beitrag zu den Gesprächen über ein neues Atomabkommen mit dem Iran. Teheran macht Israel für den Anschlag vom Sonntag verantwortlich und droht mit Vergeltung. Israel hat eine Verwicklung gemäß seiner gängigen Praxis weder bestätigt noch bestritten. Die iranische Atomenergiebehörde hatte zunächst von einem Unfall in Natanz gesprochen. Später bestätigte ihr Leiter Salehi, dass es sich um einen Anschlag handelt. Der amerikanische Verteidigungsminister Austin hat am Sonntag seinen israelischen Amtskollegen Gantz in Tel Aviv getroffen. Es war der erste Besuch aus dem Kabinett des neuen US-Präsidenten Biden in Israel. Austin betonte das eiserne Bekenntnis der USA zur israelischen Sicherheit. Zudem wolle sein Land die Normalisierung mit muslimischen Staaten weiter vorantreiben. Gantz betonte, Israel wolle mit den USA zusammenarbeiten, damit ein neuer Iran-Deal keine Bedrohung schaffe. Israel hat Jordanien zur Staatsgründung vor 100 Jahren gratuliert. Das haschemitische Königreich habe eine Schlüsselposition in der Region und ist ein strategischer Partner von Israel, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Auch von der palästinensischen Autonomiebehörde kamen Glückwünsche. Präsident Abbas sagte, ein starkes und kompromissloses Jordanien bedeutet Stärke, Sicherheit und Unterstützung für Palästina. Am 11. April 1921 hatte Abdullah I. das haschemitische Emirat Transjordanien gegründet. Die Unabhängigkeit von Großbritannien erhielt das Land als Königreich 1946. Die Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Etihad Airways, hat vorige Woche ihren Linienflugdienst zwischen Abu Dhabi und Tel Aviv aufgenommen. Zunächst sollen zwei wöchentliche Flüge angeboten werden. Anschlussflüge nach Asien oder nach Australien sind vorgesehen. Die Strecke wird von einer Boeing 787-9 bedient. Sie fasst 290 Sitzplätze. Im September hatten die Emirate und Israel ein Normalisierungsabkommen unterzeichnet. Die israelischen Verteidigungskräfte haben ein neues Spionageflugzeug vorgestellt. Die Oron ist mit modernsten Sensoren und Radarsystemen ausgestattet. Nach Angaben der Luftwaffe sollen mit dem Flugzeug Informationen gesammelt werden, um mögliche Angriffsziele im Iran, Irak und Jemen zu identifizieren. Eine Stärke des neuen Spionageflugzeugs soll seine Robustheit sein. Die Oron kann bei allen Wetterbedingungen fliegen und Daten sammeln, erklärte der Leiter des Forschungs- und Entwicklungsteams im Verteidigungsministerium Rotem. Das war Israelnetz.tv für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen. Das war Israelnetz.tv